Ich meine, meine Vorrednerin hat es schon angesprochen, das sind immer Data, Big Data und das sind immer Daten beherrscht die Welt. Und Sie sehen es, auch auf der CeBIT war das, glaube ich, eines der großen Themen. Chuck Maher sagte zum Beispiel, dass die Daten, sagen wir mal, das zukünftige Öl oder das Öl der Zukunft sind. Und wir spüren das auch bei vielen, vielen Kunden. Es geht quasi darum, unsere Kunden, egal ob das ein B2B oder ein B2C ist, besser zu verstehen. Kauferhalten besser zu verstehen und Produkte in Zukunft noch deutlich, ich sage mal, customer-spezifisch zu machen. Wenn nicht sogar, ich sage mal, sehr stark individualisiert. Und einiges von dem kennen Sie, wenn Sie, ich sage mal, MyMeasLeaderComp nehmen, was meine Frau zum Beispiel oft benutzt und oft auch verschenkt. Wenn immer Sie sowas verschenkt, kommt es bei den Kunden oder bei unseren Freunden gut an, weil Sie feststellen, man kann, ich sage mal, wenn man die Freunde kennt und man weiß, was sie gerne essen, können Sie genau das müßlich letztendlich bestellen für die Freunde. Und das wird überall passieren, egal ob Sie aus meiner Sicht im Großkundenvertrieb tätig sind, als Key-Account-Manager oder, ich sage mal, ein Consumer-Geschäft. Am Ende des Tages möchte jeder Kunde, glaube ich, individuell bedient werden.